Hallo Backfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute wieder mit der Rohstoffkunde. Heute dreht sich alles um das Xanthan. Was genau das ist und was man damit macht, erfahrt ihr in diesem Video, aber zuerst wie immer der Backfreund der Woche. Was ist Xanthan eigentlich? Xanthan ist ein natürlich vorkommendes Polysaccharid. Das wird mit Hilfe von Bakterien aus zuckerhaltigen Substraten gewonnen und dann als Lebensmittelzusatzstoff mit der E-Nummer 415 als Verdickungs- und Geliermittel verkauft und eingesetzt. Xanthan ist übrigens für die Herrschung von Bio-Lebensmitteln zugelassen, somit keine Bedenken. Xanthan kann vom menschlichen Organismus nicht verstoffwechselt werden und deswegen wird das zu den Ballaststoffen gezählt. In hohen Dosen kann Xanthan sogar abführend wirken, gilt dennoch als gesundheitlich unbedenklich. Zu Fällen von Allergien, Unverträglichkeiten oder Überempfindlichkeiten ist nichts weiter bekannt, kann aber natürlich sein, dass der ein oder andere herausgefunden hat, dass es für sich selber nicht verträgt, ist aber wie gesagt nichts bekannt. Was sind so meine eigenen Erfahrungen mit Xanthan? Xanthan ist ein sehr, sehr stark bindender Stoff, der halt eben perfekt beim glutenfreien Backen funktioniert. Du hast einfach eine höhere Wasseraufnahme, du hast eine plastischere Treikstruktur und man setzt etwa 1 bis 4 Prozent in Bezug auf das eingesetzte Mehl ein. Also zum Beispiel auf 1 Kilo Mehl 10 bis 40 Gramm je nach Anwendung. Du musst halt immer aufpassen, dass nicht zu viel Bindemittel eingesetzt werden, weil dann die Teige auch schnell zu gummiartig werden und das dann auch hinterher nicht zu einem friedigen Ergebnis führt. Deswegen rate ich immer beim Backen zu einer Vormischung zu greifen, wie zum Beispiel unserem Kuchen- und Keksmehl, dem Hefeteigmehl, dem Brotmehl. Da ist schon alles abgestimmt, ihr bekommt Rezepte dazu und somit müsst ihr nicht, wie ich, aus dem Chemiebaukasten sozusagen herumexperimentieren. Xanthan kommt aber auch noch in vielen anderen Dingen vor, zum Beispiel in Zahnpasta, also Kosmetikprodukten, teilweise sogar in Getränken, um den Geschmack so ein bisschen runder zu kriegen, beziehungsweise die Konsistenz, dass man das Gefühl hat, man trinkt ein bisschen mehr. Xanthan ist auch ein ganz guter Emulgator, also es ist nicht nur ein reines Verdickungsmittel. Ich verwende das zum Beispiel auch manchmal bei Salatsaucen. Wenn du jetzt eine Salatsauce herstellst aus Öl, Essig und ein bisschen Xanthan zugibst, nicht zu viel, sonst habt ihr am Ende wirklich nur noch Schleim und das dann aber schön durchmixen, dann kriegt man nochmal eine richtig gute Verbindung aus dem Öl und dem Essig hin, beziehungsweise wenn man noch andere Flüssigkeiten zugibt, wie Wasser oder eine Gemüsebrühe, ist einfach ein richtig, richtig toller Emulgator, auch an der Stelle. Also Xanthan setzt man dementsprechend immer da ein, wo man ein cremigeres Gefühl zum Beispiel erzeugen will oder beim Backen die Wasseraufnahme verbessern will. Zum Beispiel auch bei Speiseeis, wo man auch diese cremige Konsistenz erzeugen möchte. Ich habe zum Beispiel auch auf dem Blog ein Rezept, das war ein, ich glaube, veganes Eis hatte ich mal gemacht, da habe ich auch ein bisschen Xanthan eingegeben, weil das einfach so ein cremiges Mundgefühl macht und so trickst natürlich auch die Industrie an der Stelle und das Wissen können wir uns natürlich auch zugutemachen. Und wenn man Xanthan zu Hause hat, wie gesagt, in Soßen, in Eiscreme, was auch immer, was ihr cremig haben wollt, da ein Ticken Xanthan rein, dann ist es nochmal ein bisschen geiler. Ja, ich hoffe, dass euch die Infos gefallen haben, waren ja doch einige, weil sonst liest man immer nur Xanthan auf der Inhaltsstoffliste und denkt sich, okay, was ist das eigentlich? Ja, und heute habt ihr ein bisschen mehr erfahren. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, haut es gerne unten in die Kommentare. Abonniert den YouTube-Kanal, dann werdet ihr immer über die neuen Videos benachrichtigt, somit auch zu der Rohstoffkunde, die geht nämlich weiter, seid gespannt. Und wenn ihr einen Rohstoff habt, den ihr gerne mal analysiert haben wollt, schreibt es auch gerne unten in die Kommentare. Wünsche gehen oft in Erfüllung. Somit macht es gut, ofenfrische Grüße, euer Robert. Und dann wird es gut gemacht. Und dann wird es gut gemacht. Und dann wird es gut gemacht.